Hey Leute, willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit der ersten Episode. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann ihr dieses Video seht. Ich werde dafür wahrscheinlich ein anderes Projekt immer mal wieder pausieren. In dem Falle vielleicht State of Decay mal sehen. Äh, ja, machen wir doch einfach weiter. Ich bin ja schon gespannt, was noch geschieht. Episode 1. Glaube. Die Woodland Luxus Apartments. Was machen wir denn hier? Ich dachte, wir wollen in unser Büro. Also wenn das sein Apartment ist, dann ist es schon ganz schön... Nee, ich glaube nicht, dass es seins ist. Schauen wir uns mal die Plakette an. Luxury Apartments. Ich wünschte, dass ich das nicht verabredet habe. Mhm. Ja, das wusste ich übrigens nicht. Also ich wusste es schon, weil ich halt eben die Beschreibung gelesen habe. Aber Fables scheint ja eine Comic-Reihe zu sein. Die hat so ein bisschen sich mit Märchen beschäftigt, aber auch ziemlich heftig dahergehen soll. Also es ist nicht gerade für Kinder geeignet. Das kann manchmal ein Disziplinarien sein. Aha. Ja, aber wenn man eigentlich so mal drüber nachdenkt, sind die Märchen von den Gebrüdern Grimm auch nicht wirklich für Kinder. Die sind ganz schön heftig. Hm. Komm raus. Komm raus. Hallo, Big B. Ich habe nicht jemanden erwartet. Ich weiß, dass es ein bisschen verrückt ist. Aber es gibt eine Erklärung. Ich versuche. Warum schaust du da? Ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich bin Zeit. Bitte, Big B. Ich versuche, dass du nicht sagst, dass du mich gesehen hast. Er ist zu viel, wie es ist. Und es würde mein Leben viel einfacher machen. Die Schöne und das Biest. Sicher. Du versuchst? Ich versuch. Danke, Big B. Ich werde es dir später erklären. Ich werde, aber ich muss gehen. So. Es ist wirklich eine Schönheit. Danke, dass du mich vertraust hast. Wirklich. Ich... Ich erinnere mich, Big B. Ich erinnere mich. Du schäußerst. Ich erinnere mich, dass du nicht collectierst. Du schäußerst wirst. So. Die staubt ja echt ganz schön Sollen wir ihn mal aufwecken? Ich muss auch mal schauen, ob ich diese Untertitel alle übersetzen werde Also die Dialoge zumindest schon, aber nicht, wenn er sich jetzt was anschaut Ich meine, da werde ich ja auch mal ein Wörtchen dazu abgeben Weil das ist halt echt viel Dieses ganze Anpassen der Untertitel ist nicht schön Hey, du wankst? Sieht nicht so aus Hm, wahrscheinlich für das Beste Ja, mich freut's auch, dass ihr zufrieden seid mit der Übersetzung Ähm, ich hab natürlich ein paar Rechtschreibfehler drin, das ist mir nachher, also im Nachhinein aufgefallen Ärgert mich auch sehr Aber, naja Ich tue mein Bestes In der kurzen Zeit, die ich halt immer habe Was? Da war doch ein Name aus Warte mal, das will ich nochmal sehen Da ist doch ein Name bei 204 Ausgestrichen Das B Achso, die wohnen auch hier Warte, ich will das nochmal Kann man das nicht Beast, Mr. und Mrs. 301 Private, blablabla Beard, Coldstar Das geht viel zu schnell Ich würde gerne noch wissen, was da steht Die anderen Namen Ja, vielleicht ist jetzt ja was drin, man weiß es nicht Welches Fach war das? 205? Ich will nochmal kurz schauen Äh, ne, Gimbal ist das Private Barcatcher 204? Ist sein Name entfernt worden von dem Brett? Ich glaube es ja nicht Ja, wie gesagt Ich habe jetzt nicht die Namen Alle überblicken können Ihr könnt ja Pause machen Mache ich wahrscheinlich später auch Na gut Wir rufen mal den Aufzug Ich hoffe, er hat seine Schlüssel und alles dabei Nicht, dass wir die verloren haben Ach, da kommt er Seht mal diese altmodischen Aufzüge da Mit der Scheibe oben Nicht digital Dass man da die Zahl sieht Ah Bigby Hey, warte Hast du meine Frau gesehen? Hast du die Schönheit gesehen? Okay Ähm Nö Also Hast du? Nö Nein Ich habe sie nicht gesehen Oh Okay Sorry, dass du dich beschäftigst Dammit Was ist passiert? Ja Es ist eine Notlüge Ich habe sie ja versprochen Und sie schienen Naja Ich weiß ja nicht Es ist eine Notlüge Ich habe sie nicht gesehen Ich habe sieGod limiting Das ist das It Ich sage- Ich sage- Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, hey Big B. Ich bin in deinem Schiff, hm? Ja, es gibt nur einen. Warum lebt das überhaupt hier, das Schwein? Sieht ja schon lustig aus. Ein Schwein, das raucht. Wie willst du das halten mit deinen Clown? Thanks. Das für mich? Nein. Das Haus hat sich nicht selbst verbrannt, Bigby. Das ist alles, was ich sage. Geh mit dem, was du willst. Ich sage nicht, dass es genug ist, dass ich mich definitiv ein Trinken gefordert hätte, aber es hätte mir helfen können, die du mir damals geholfen hast, ja? Es hätte auch allen gezeigt, wie anders du bist jetzt. Na, ich möchte mich einfach nur ein bisschen ausruhen. Wenn das alles, was du sagst, dann wäre ich ein bisschen Rest. Ich nehme das alles zurück. Das ist, warum jeder dich hasst. Hm. Warum hasst mich jeder? Er ist der große, böse Wolf. Dumme Frage eigentlich, aber... Also, jeder mich hasst. Nee, ich gebe dir nur Scheiße. Ich mache hier mein Bestes. Sicherlich ist das nicht wahr. Was mit der Selbstständigkeit, mit dem Bourbon. Aber, äh... Nein. Ich liebe das falsche Wort. Sie schreiten dich mehr als alles. Du hast viele Leute in deinem Zeitpunkt geholfen. Ich dachte, wir alle sollten hier einen neuen Start zu haben. Ich kann nicht die Vergangenheit verändern. Ich kann nicht die Vergangenheit verändern. Also kann man nicht die Menschen verändern. Schau, ich sage nicht, dass es fair ist. Aber es ist real. People are scared of you. I mean... Look at your hands. Who'd you get in a fight with? A Fable, right? I'm sure you're not going around punching Mundys. Hm. Wasn't my fault. I get the impression you say that a lot. You think my job is easy? You try keeping a bunch of Fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. In der Tat. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Nein. Not everyone. Name one. Ähm. Ich war eigentlich zu allen nett. Das Mädchen. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out of second store window and... I want to get in two seconds a shut eye before I... Look. If I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, alright. Probably. Thanks, Bigby. So, it's... It's a little bit easier. I think it's really good. But I think they think they might have a lot of tools... ...to make other things worse. I hope you will know only part 1 and you know what I mean. Well, I'm really enjoying it if you give me a review. There is only a click. It's just a click and it helps me very. Yeah, the others scheuen sich then not... ...and not to make other things worse. Well, again, Anspielung on part 1. But... Well... Vielleicht nur einen netten Kommentar. Ich weiß, ihr wisst das zu schätzen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und ich hoffe, ich kann diesen Standard, der leider nicht sehr hoch angesetzt ist, aber ich versuch's zumindest. Ja, mein Programm ist halt sehr ungeeignet. Ich rede mich schon wieder hier um Kopf und Kragen. Leute, ich würde mich freuen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt The Wolf Among Us.